Ich bin Sascha Leechti, komme von Operswil im Emmital, bin 20 Jahre alt und momentan im letzten Lehrjahr in der Zweitausbildung zum Landwirt in der Freiburgischen Rüe Treffen ein. Und ich möchte gerne Lehrling vom heutigen Jahr werden. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil mir sehr gefällt. Ich bin der Meinung, dass man das machen sollte, was ihm gefällt. Der Beruf Landwirt hat es schon seit Jahren gegeben. Schon immer hat man Nahrung von Boden und Tierern gebraucht, um die Menschen zu ernähren. Früher hat man sich selbst ernährt, heute ernährt man vor allem andere. Aber das ist ja noch viel schöner daran. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, mit Routinearbeiten, am Morgen mit den Tieren und teilweise auch ein bisschen maschineller durch den Tag. Meine grösste Motivation für die Landwirtschaft ist, die Schweizer Bevölkerung zu ernähren. Ich finde es sehr schön, wenn man in einen Laden gehen kann, wo man weiss, dass es viele Produkte hat, die man nebst ganz vielen anderen mitgeholfen hat, diese zu produzieren. Ich war eigentlich immer schon ein Fan von Landwirtschaft. Früher in der Küche, mit Modelltraktoren gespielt und später auf Computerspiele schon den Regen in den Hof geführt. Permanent dazu habe ich immer draussen geschaut, wie man das auch baut. Meine Bewerbung habe ich während einem Sonntagnachmittag, als schönes Wetter war, bei mir im Emmetal gemacht. Dann haben wir heute alle jüngsten Tiere vom Hof zusammengesammelt und probiert, ganz natürliches Video zu machen. Dass die Kamera nicht sehr gewackelt hat, haben wir sie dann auf ein Schnapsfessel gestellt. Letztes Winter war ich in der friburgischen Berufsschule in Gragenöf. Weil ich mich Anfangsjahr entschieden habe, die Klasse in zwei verschiedene Sprachen zu besuchen, ging es mir eher in den Fächern, die Deutsch unterrichtet sind, als in den Französischen. Und dort, wo es immer eher geht, geht man auch lieber. Aber so grob gesehen haben wir im dritten Lehrjahr v.a. die betriebswirtschaftlichen Fächern sehr gut gefallen, und auch den Futterbau. Ich sehe sicher die Zukunft der Landwirtschaft noch genau gleich wichtig, wie sie heute ist. Ich habe viel gehört, dass früher die Landwirtschaft besser war und dass es einfacher war, die Bauern zu bauen. Aber ich kenne es gar nicht anders. Ich wäre froh, wenn es vor allem in der nächsten Zeit so bleibt, wie es jetzt ist. Wie ich mich in fünf Jahren gesehen habe, ist es noch ein wenig schwierig zu sagen. Ich war gerne an ihnen, wo sie sehen, dass man sich zielsetzen sollte. Aber im Moment stehen wir noch so viele Türen offen, dass ich noch nicht gerade weiss, was es hinführt. Aber nächstes Jahr gehe ich wieder ins Militär. Also, mein Lieblingsplatz ist hier bei den Kalbern. Wenn ich halbieren kann, habe sie am neuen Stroh oder am Futter, die ihnen genau gleich froh, wie ich, wenn ich zielsetzen kann. Ich würde sagen, auch im grössten Jahr, von welchem man manchmal ist, liegt es immer noch drin, sicher ein bis zwei Minuten ein wenig näher zu gehen. Bei den kleinen Kalbern ist es für mich sehr wichtig, dass man sie mit viel Respekt und Liebe behandelt. Die Liebe kommt irgendwann schon wieder zurück, da bin ich sicher. Er muss spätestens, wenn man sie dann melken will. Bei mir in der Freizeit arbeite ich am allerliebsten immer wieder und bin dran. Am besten gefällt es mir, wenn es voll Gas geht und die Zeit schnell durchgeht. Es würde mich freuen, wenn ihr für mich stimmen würdet, dass ihr Lehrling vom Jahr werden könnt. So könnt ihr in der Schweizer Bevölkerung zeigen, wie mit viel Herzblut noch in Zukunft gegen Schweizer Produkte produziert werden. Die Bäuerinnen und Bauern möchten so zeigen, dass auch in Zukunft die Junglandwirte noch genau gleich froh der Landwirtschaft werden.